Hey Leute, hier ist wieder mal euer TheDevilShots und heute ein weiteres Video auf meinen Kanal. Ja Leute, heute mal mit Facecam, heute nehme ich mein Video mal mit OBS auf, mal was ganz Neues, ich weiß. Und ja, heute mache ich ein kleines Pack Opening und zwar habe ich 116 Kisten gespart. Und ja, die öffnen wir jetzt, die öffnen wir jetzt halt im Video. Hier seht ihr noch meine zwei Kollegen, könnt ihr auch mal guten Tag sagen. Hallo. Gut, dann haue ich gleich mal die erste Kiste raus und gucken, was drin ist. Ich hoffe, was gut ist. Zack. Machst du die Scheiße. Das Geile ist ja, ich werde richtig viele Waffenkammer Credits haben, das ist schon mal klar. Gleich mal die nächste. Ja, moin, kommt nichts. Jetzt kommt was, ah. Ja, moin. Einfach, einfach eine Bazooka, aber die habe ich noch nicht. Vielleicht die nächste, zack. Ja, die Schlange, die ich schon längst habe. So, nächste. Oh, 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 oh. Ja. Bruh. Bruh. Ja, moin. Die habe ich auch schon. Die habe ich schon nicht. Das wird ja zu lang gehen, ne? Leute, 110 Kisten habe ich noch. Ich sehe nichts. Was ist das für ein Bug? Jetzt sehe ich es. Oh, das hätte ich gar nicht sehen müssen. Die Kiste. Ach ja, das sind alles seltene Kisten. Ich habe noch nicht mal die, ich habe noch nicht mal, ich bin noch nicht mal bei der 100, Digger. Ja, moin. Ah, bruh. Ja, moin. 1216 Waffenkammer-Quads bekommen. Ja, moin. Oh, oh, oh. Aha. Ja, ja, ja. Ja. Geil. Ich wollte dich haben. Ja, geil. Minimale Freude. Oh, wie geil, Alter. Die wollte ich haben. Vielleicht die nächste. Boah. Ja, moin. Digger, das freut mich. Mir reicht schon. Geh auf, glatte Zocken. Geil. Jetzt brauchst du nur noch Schlange 2 oder so kommen, Digger. Dann bin ich zufrieden. Hab ich schon, hab ich schon. Du Arsch, du. Einfach mal die hellenhafte. Geil, die wollte ich haben, Digger. Die ist der. Die spiele ich gleich, ja. Ich hab so viele Kisten. Ich hab immer... Jetzt bin ich jetzt bei der 100. Jetzt bin ich bei der 100. Jetzt, jetzt bin ich 99. Ich hab so viele Kisten gespart, Alter. Das ist heftig. Das ist ein Pack-Opening. Mensch, hab ich... Also wie lange hab ich gebraucht für die 100 Kisten? Also ich glaub, für die 116 Kisten hab ich jetzt... Ja, morgen bin ich in Rang 12 hab noch eine Kiste bekommen. Äh, Zorsteller. Ähm, und hab jetzt ab den... 5. oder 16. Januar gespart. In 2 Wochen hab ich die Kisten bekommen. Natürlich, natürlich mit den Quartiermeister-Alten. Da hab ich natürlich die meisten gesammelt. Da hab ich ja am Tag schon 6 Stück bekommen. Und... Ja, da hat man halt die meisten Kisten. Und dann halt durch Zocken noch, ne. Jetzt kommt wieder nur Scheiße. Was... Das Gute ist ja, ich... Ich... Ich denk mal, da werden noch Sammelstücke rauskommen. Bei den neuen Waffen. Guck mal, jeder kommt jetzt hier hin. Eckpfeiler. Die sind ganz geil aus. Hab ich noch nicht. Hab ich auch schon. Ja, nee. Nee, die Retter hab ich noch nicht. Die Retter 2 hab ich. Wollt schon sagen. Wollt ich schon sagen. Kille durchschneiden. Wie es da einfach so steht. Klick in der Kille durchschneiden. Geil. Okay. Also da werd ich ja richtig viel Double XP gleich bekommen, ne. Beim Schocken. 10 Minuten EP. Dann ist mein Double XP da. Für das ganze Wochenende. Eckpfeiler. Das wäre auch noch so ein Ding. Für die Type-Heldenhafte. Die hab ich... Nee, hast du noch nicht? Die hab ich schon. Die Type-Heldenhafte hab ich auch schon. Ach so. Es gibt ja zwei Hellenhafte. Abgabe 2 und Rechenschaft 2. Ah. Brr. Oh, mies. Die hab ich noch nicht. Aber trotzdem. Das ist mies. Ah, ich hab schon 12.500 Waffenkammerkürtels, ne. Ja, moin. Die öffnen sich nicht. Ja, moin. Ich glaub, ich glaub die Lobby ist abgekackt. Oha, schreibt er. Alphaman, haha. Jaja, Alphaman. Hehehe. So. Alphaman, du High One. Ich bin hier hinten. Ich bin hier hinten. Der muss halt hier. Dürfen wir schon? Hä? Ich bin hier. Ich bin hier vorne. Ja, dann bist du in der anderen Lobby. Ich seh, du meckest. Das seh ich noch. Das muss. Oh, Dicker. Können wir meine Serum freikuchen. Kau. 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 Oh, die M1-Grant. Oh, zwei Waffen hab ich drin. Siehst du das? Ja. Aber zwei, ähm, zwei Einzusschusswaffen ist nicht so. Merkest du, äh, High One schreibt, Alphaman. Hat er das richtig geschrien mit V? Äh, ja. Warum bist du Türke oder was? Okay, sind Deutsche. Achso. Von wer weiß, wie High One hat das High One geschrien. Oh, hellenhaft, 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 hellenhaft. V-Schrien. Ah. Brr. Digga, ich hab ganz viele Arab-Wagen. Was ist denn? Ich hab ganz viele Arab-Wagen, Freunde. Ich bin mit Arab-Wagen. Sagen wir, schreiben dir auch Arab-Wagen mit V. Ja, klar. Komm, Schlange 2 oder Kinderspiel. Aber das Kinderspiel wäre mir auch schon ganz gut, ey. Kriegt so viele Duplikate, ne? 70 Kisten hab ich, oder? 61 Kisten macht. Oh, hellenhaft, 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 komm. Ah, ne Kleidungsstück, Alter. So viel Kleidungsstücke gibt's, ne, als hellenhaft. Das ist echt scheiße, ne? Ey, Eisener Vorhang schon das zweite Mal gezogen. Ich glaub's nicht. 64 Kisten hab ich noch, Alter. Kommen wir jetzt auch. Alles klar, Alfa. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. Oh, hellenhaft. Abgezogen. Ah, M1. Heldenhaft hab ich die M1-Grün-Schnabel-2. Hast du's gehört, hier, ähm, Haze? Oh, ja. Haze, super. Haze, was ist noch da? Was geht, was da? D-Ga. Hm, Kampfmaschine. Hab die, äh, dieses Messer bekommen. 45 Kisten hab ich noch, ne? Oh, Waffe 28 durch Nest hab ich bekommen. Ein episch. Das ist gut. Da ist der Alfa. Gute. Was ist das für ne Scheiße? Ein Emblem, Alter. Ein episches Emblem. Heftig. Hast du's gesehen mit meiner Waffe? Die hellenhafte, Digger? Ach, du, wieder abgezogen, Juhu. Ey, ihr seid alle so schnell. Wer macht denn die Platt? Ach, ich bin manchmal gemütlich. He, he. Oh, die Gummischu, die M1903 Gummischu. He, he. Ein Sniper. Oh, hellenhaft. Die Rechtschaften 2. Da ist sie. Da ist sie. Die hellenhafte Type. Trotzdem, ich hab's ja nicht. Ja, deswegen freu ich mich. Geil. Yippie. So muss das sein. Gleich die nächste Kiste. Wieder wohl scheiße. 35 Kisten hab ich noch. Ja, morgen ist die Jogi Diver schon 15 Minuten. Nein, nein, nein. Das ist der Kiste, Juhu. Hm, das ist der Blödsinn, der ist nicht. Oh, die FG-240, die ich schon hab. Ich zieh die Husky, die ich schon hab, ey. So. Digga, wenn du mal was hellenhaftest oder irgendwas siehst, Digga, dann kommt der Scheißklein im Stick, Alter. Das ist so deprimierend. Ey, kriegst du auf dem Boden rum. Ja, die Bazooka. Alter, ich hab zwei Bazooka schon gezogen. Siebküß noch. Siebküß noch. Vier noch. Drei noch. Nur ne Scheiße, Alter. Einzige, was mir recht gut war, war die Stam. Da war ja vorbeigegangen. Und die letzte. Fertig. Ah. Das war's. So, Leute. Gut. Das war's fürs Pack Opening. 116 Kisten, das hab ich gezogen. Rechtschaffen 2 Type. Und, ähm, die Stand. Die, äh, hellenhafte. Das waren so die zwei besten Waffen. Und ich hoffe, ihr, ähm, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann irgendwann mal im nächsten Video. Und, ja, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und, ja, wir hören uns halt, ne? Haut rein. Euer The Devil Shots. Bis dann. Bye,, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020